Ja ihr Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 6.04.2023. Ich bin eigentlich zeitlich noch einigermaßen gut dabei. Erst 3 nach 18 Uhr, war aber auch schon relativ früh heute Morgen raus. Ja, dafür entschieden, das Geschäft mit den Impfschäden. Neue Hotline kann sich vor Anrufern kaum retten. Die ist irgendwo, glaube ich, in Bayern eingerichtet worden. Darum geht es und natürlich, wie ihr mich kennt, um viel anderes. Bleibt dran oder beziehungsweise wechselt zu VK, Bitshoot, Odyssee oder Rumble. Dann hören wir uns vielleicht gleich wieder. Macht's gut, tschüss.